Ja moin Leute, ich stehe jetzt hier in Nepal am LKW Truckstop, das ist direkt am Highway 401 und ich wollte euch mal zeigen, wie hier die kanadischen Trucks, weil das eigentlich für die Bekannten sind. Und ich schwinge jetzt mal eben drum, dass ich euch das mal ankippen kann. Das ist ja schon imposant hier und heftig, ja, kippt euch mal an. Und ich schwinge. Und ich schwinge. Und ich schwinge. Und ich schwinge. Zähne Spannungsgeladene Ja Leute, das ist ganz schön imposant hier, also einen Rundblick habt ihr jetzt mal gesehen und das ist also der Truckstop hier in Nepenema, habt ihr mal gesehen und die kanadischen Trucks. Jut, bis später.